Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhhhhh! Ahhhhhhh! Two girls, one cup ist ja relativ bekannt, oder? Was das anbelangt. Kennst du eine Film, Two Girls, One Cup? Was sagt mir irgendetwas? Klingelt ja. Es geht in die Ähnliche Richtung. Und dort habe ich mich eben schon lange gefragt, ob das jetzt ein Fake ist. Ist ja ganz berühmtes Internet. Ja, aber ich glaube es ist eben schon... So Zeug, wo kann ich nicht mehr so schauen. Nein, ich auch nicht! Als ich jetzt jung war, wäre so 14, 15 Jahre. Deine Lieblings-Homepage Rotten.com damals. Nicht Lieblings-Homepage, aber es war wow, oder? Ja. Aber mittlerweile, ich ertrage so Zeugs nicht mehr, oder? Ah, lustig, oder? Also es ist einfach... Es ist einfach Faszination, die ganzen über die Schritte. Ja, aber wenn es fiktiv ist, also real, also real. Da hört es aber auf. Du würdest da nie wirklich Face-Shitting im Real Life machen? Nein, das kann es ja nicht sein. Und ich finde jetzt auch... Ich habe mich eigentlich ein bisschen gestört daran, dass in der Schweiz wieder... Es ist ja verboten in der Schweiz übrigens. Ja, scheisse noch. Das Pisse ist wieder legal. Ist das legal? Die Schornien-Seiche ist wieder legal in der Porno. Es ist lange verboten gewesen. Da habe ich echt... Stimmt, von dem habe ich gehört. Das ist sogar beschlossen worden. Das ist wirklich offiziell. Ja, da finde ich jetzt... Naja, nicht wirklich den Burner. Unsere ganze Porno-Industrie bin ich jetzt auch nicht so Fan. Ja. Und jetzt in Deutschland, was jetzt am meisten blöd klingt, wegen Filmblut und wegen Zombie-Games, geht es offiziell legal Shitting-Pornos. Bettina, du schaust ganz verstört. Du schaust dich von deinem Kanzler an, aber was denkst du denn? Psychiater. Was denkst du denn gerade? Nein, ich denke nicht Psychiater. Das nicht. Nein. Ich probiere es eigentlich mehr zu verstehen. Ja. Ich höre zu. Ich finde genauso wie er sein Zeug machen, sollen die anderen sein Zeug machen. Ja. Also vor allem bei dir ist es ja eine Kunstform. Ja, genau. Und ich bin halt weniger die, die dann würde sagen, die und die sind so und so. Ich finde, von dir ist noch recht viel so, die sind und dann so ein bisschen die Allgemeineren und die sind scheisse, so wie sie denken. Und du willst ja aber auch, dass du irgendwie akzeptiert wirst mit dem, was du machst, wo du sagst, sie sollen das und das checken. Das ist jetzt ein kleiner Vorteil. Bei mir ist es, das kann ich sagen, mir ist es wirklich Pupswurst egal, was das Umfeld von mir denkt. Das ist mir so egal. Also wirklich egal. In dem Fall willst du ja gleich, dass die Welt so bleibt, wie sie ist? Nein. Ich wollte eigentlich nur, dass die Leute, dass man das Hirn wieder einschaltet. Aber willst du doch etwas? Ja, logisch. Ich meine, es geht wie es betrifft uns alle, oder? Wenn wir jetzt auch weitermachen zu den bösen Putin oder NATO-Sperrspitzen-Ukraine, der Hallo eigentlich. Also eigentlich bist du ja auf der Gesellschaft bist ja du der Böse. Wenn wir jetzt auf einen zeigen müssen, wenn wir schnell bei dir finden, dann steht mit abartigen Videos in den Kommentaren. Detoviert, Satanist. Genau. Ja, da kommt ja alles. Ja, logisch. Aber du willst uns eigentlich damit sagen, dass eigentlich der Mensch, wo man es zuschreibt, dass der wahrscheinlich der Lieb lieber ist als einer, der da in der Politik hoch oben raus mit dem Saubermann, mit dem Saubermann Kittel, dort steht und guckt, dass er kriegt. Aber meinst du, das checkt man? Oder das checkt die Menschheit? Die Gesellschaft? Man muss sich Zeit nicht. Man muss sich Zeit nicht damit befassen. Es gibt auch gute Bücher. Ich meine, da gibt es ja eine Höhe von Doktoren, Professoren. Das ist ja alles schon geschrieben worden. Oder Psychologie der Massen, Gustav Le Bon, 18. Jahrhundert, das ist nichts Neues. Alle Versuche, Russland in einen Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen, sind fehlgeschlagen. Kiews nächster Versuch war das von ukrainischen Militärs abgeschossene Kielflugzeug. Die Verantwortung für diese schreckliche Tragödie wurde ohne eine Untersuchung abzuwarten, Russland zugeschoben, welches die Volkswehr unterstützt. Das Regime in Kiew brauchte dieses Verbrechen, um den Konflikt international zu machen, womit der ganzen Welt gezeigt werden sollte, dass die Volkswehr internationale Terroristen seien. Das vom SPU angeblich abgehörte Telefonat wurde als Fälschung getlauft. Der russische Generalstatt machte harte Fakten zugänglich, nur das bewiesen ist, dass das ukrainische Militär bei dieser Flugzeugkatastrophe seine Finger im Spiel hatte. Diese mörderische Provokation führte Kiew unter der Anleitung US-amerikanische Geheimdienste durch, um NATO-Staaten so in einen Krieg gegen Russland zu ziehen. Doch wozu brauchen die Amerikaner diesen Krieg, um damit ihre Wirtschaftsprobleme in den Griff zu bekommen, genauso wie sie das schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg taten? Die Schuldzuweisungen an Russland machen Sanktionen im Finanzsektor möglich, womit die aktiver russischer Strukturen eingefroren werden können. Hunderten Milliarden Dollar würden so abgeschrieben, was die enorme Schuldenlast der USA erleichtert. Die verschlechterten Wirtschaftsbeziehungen mit Russland verschlechtern ihrerseits die wirtschaftliche Lage in Europa und schwächen dessen Stellen im Wettbewerb mit Amerika. Die Destabilisierung des Bankensystems wird den Abfluss von Kapital in die USA begünstigen, wo es die Dollar an die Spitzen hilft. Indem europäische Länder in einen Krieg mit Russland gezogen werden, werden sie stärker politisch abhängig von Amerika, was es den Amerikanern erleichtert, der EU für die USA günstige Entscheidungen zu diktieren. Durch den Krieg bekommt der US-amerikanische militärisch-industrielle Komplex eine Menge an neuen Aufträgen. Die Wirtschaft in den USA blüht auf. Derweil wird es leichter, das durch den Krieg geschwächte Russland unter Kontrolle zu bekommen, wie bereits in den wilden 90ern. So schaltet Amerika seine wichtigsten Konkurrenten in der Weltarena aus und bekommt einen strategischen Vorteil im Kampf um die weltweite Formatstellung gegen China. Im Gegensatz zu den EU-Ländern und Russland, die eine zurück zu wirtschaften Berge von Leichen bekommen, sind die Amerikaner selbst nur Gewinner. Kriege auf fremdem Boden, das ist es, was die Wirtschaft der Vereinigten Staaten schon mehrere Male vor dem Zusammenbruch erwarte. Man kann davon ausgehen, dass die ukrainische Armee den Genozid im Donbass nicht wenden wird und die Provokationen immer schrecklicher werden. Früher oder später wird Russland seine Truppen in die Ukraine entsenden. Aber um Millionen an Opfern unter Russen, Ukrainen und Europäern zu vermeiden, müssen sich die führenden Länder Europas von ihren Herren auf der anderen Seite des Ozeans abwenden und einsehen. Russland verteidigt nicht nur seine nationalen Interessen, sondern Russland ist bestrebt, den Ausbruch eines dritten Weltkriegs zu verhindern. In anderen Falle werden die Überlebenden des dritten Weltkriegs zu Zeugen eines neuen amerikanischen Wirtschaftswunders. Es ist ja nie etwas, was die Menschen vergisst. Die Leute haben keine Zeit mehr zu denken. Man hat ja so einen Stress. Oder arbeiten, Geld verdienen, Familie... Und du warst schon immer so. Es hat sich niemals etwas zu dem gemacht, ein Event, wo du plötzlich gemerkt hast, die Welt ist scheisse. Ich habe ja schon immer gedacht, das ist komisch. Was ist eigentlich los? Wieso brauchen wir Kriege? Und ich habe ja nicht gelernt nach diesen Jahren, dass unser Finanzsystem braucht Kriege. Es ist so. Und jetzt ist ja noch mal Zeit. Entweder geht die Weltwährung toll an Flöten oder sie kommen in den Krieg. Aber es ist der Krieg in Europa. Es ist toll, oder? Und Menschen, weil wir mit aller Kraft stillheben, die vielleicht... Ja, die totale Überwachung. Es ist einfach grauenhaft. Das war also wieder deine Psycho-Heiko-Horror-Show. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Mit den neuesten Filmen. Wie wird das? Wie wird es... Wie wird es ein Paar? Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018